Eine Brauerei aus Niederösterreich, die Weißbier braut, das ist das Winzerbräu, die Weiße aus Niederösterreich, genauer gesagt aus Unterretzbach, 5,4 Volumenprozent, eine richtig schöne, kräftig, ja, bernsteinfarbene Weiße mit schöner Bananen- und Nelkennote, im Trunk dann auch wieder ein bisschen mehr Nelke als Banane, schöne Karamell, aber richtig schön leicht im Trunk und das Ganze geht dann hinten in Nachtrunk rein mit einer schönen, fruchtigen, vor allen Dingen hefigen Note. Wenn ihr Bock auf Weißbier habt aus Niederösterreich und noch nie was vom Winzerbräu gehört habt, dann ist mein heutiges Video genau das Richtige für euch jetzt auf YouTube. Wir sehen uns!